Was ist ein DIMM? DIMM, Dual-Inline-Memory-Module, ist eine Art von Computerspeicher, der in Pentium-Computern oder höheren Computern verwendet wird. Ein DIMM besteht aus einer kleinen Leiterplatte, die vier oder neun, mit Parität, synchrone SDRAM-Chips, Dynamic Random Access Memory, oder DDR-SDRAM-Chips, Double-Data-Rate, pro Seite enthält. Die Verbindungskante der Stifte wird in einen Sockel auf der Hauptplatine eingesteckt und überträgt jeweils 64-Bit-Daten an den Prozessor. DIMMs sind möglicherweise in 64-Bit-ECC-Modulen, ECC-Gleich-Non-Paridi-Error-Korrektion-Code, oder in 72-Bit-Modulen mit Parität enthalten. Es gibt verschiedene Arten von DIMMs, die drei Haupttypen sind jedoch SDRAM, DDR-SDRAM und DDR2-SDRAM. Die Größe der DIMMs reicht von 64 MB MB, für ältere SDRAMs bis zu 128 GB GB, GB, oder mehr pro Modul DDR2-RAM. Von den verschiedenen DIM-Typen ist der 168-PIN-SDRAM als Original DIM bekannt und verfügte über Daten und Taktraten von bis zu 133 MHz, MHz. Diese Module hatten eine Kerbe an jeder Seite und zwei Kerben an der Verbindungskante. Der 184-Polige DDR und der 240-Polige DDR2-Speicher haben eine ähnliche Architektur mit zwei Kerben auf jeder Seite und einer Kerbe entlang der Verbindungskante. DDR-Speicher haben Taktraten von bis zu 200 MHz und die doppelte Datenrate von SDRAM. Der DDR2-Speicher bietet Taktraten von bis zu 200 MHz und vierfache Datenraten für SDRAM. Andere Typen umfassen DDR3-Speicher, eine schnellere und höhere Variante sowieso DIMMs für Laptops. Um das Jahr 2000 ersetzten DIMMs SIMS oder Single-Inline-Speichermodular als Standard für den Computerspeicher in Pentium-Computer-Systemen. Im Gegensatz zu SIMS, die 16-Bit oder 32-Bit-Datenpfade enthielten und paarweise hinzugefügt werden mussten, um den 64-Bit-Datenpfad eines Pentium-PCs voll auszunutzen, passte die Datenübertragungsrate eines einzelnen DIMMs zur Datenbusbreite des Pentium-Prozessors perfekt, wodurch die Notwendigkeit für Paare beseitigt wird. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Arten von Computerspeicher besteht in der Funktionsweise der Verbindungskanten. Die Verbindungskanten beider Seiten eines DIMMs weisen auf verschiedene Schaltkreise hin, die unterschiedlich auf elektrische Signale reagieren. Dies erhöht die Leistung eines Computersystems, da mehrere Kommunikationsleitungen zum Prozessor möglich sind. Ein SIM hingegen verfügt über dieselben Anschlüsse auf jeder Seite des Moduls und kann eine Kommunikationslinie zum Prozessor verwalten. Obwohl das Installieren von DIMMs ein relativ einfacher Vorgang ist, können DIMM-Speichertypen nicht untereinander ausgetauscht werden. Schlagen Sie immer in den Handbüchern zu Motorboards oder PCs nach, um den Typ zu überprüfen, bevor Sie DIMMs austauschen oder Speicheraufrüstungen durchführen. Schalten Sie zuerst den Computer aus und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie das Gehäuse und suchen Sie nach den Speichersteckplätzen auf der Hauptplatine. DIMM-Steckplätze sind normalerweise schwarz und befinden sich in der Nähe des Prozessors. Leiten Sie zusätzliche statische Elektrizität ab, indem Sie einen Metallgegenstand berühren. Stellen Sie als nächstes die Auswurfklammern auf die Position unten. Halten Sie das Speichermodul an den Rändern fest, um einen direkten Kontakt mit den Stiften zu vermeiden. Richten Sie die Kerben an der Verbindungskante an den Schlüsseln im Sockel aus, damit sie übereinstimmen. Drücken Sie das Modul in seine Position, bis es einrastet und beide Auswerfer auf dem Modul einrasten. Bringen Sie die Abdeckung des Computers wieder an, schließen Sie die Kabel wieder an und schalten Sie den Computer ein. In den meisten Fällen sollte das System den neuen Speicher erkennen.